Und wir gehen jetzt nachher an einem super RRO-Auto die Pneu wechseln. Und meine Mama hat immer gesagt, gehe nie mit heller Kleidern in eine Autogarage. Also, dann ziehen wir die Jacke jetzt ab und legen los. Und das sind jetzt die Schreiber. Ja, ich glaube, ihr bleibt mit solcher Schreiber. Brauchen wir keine Brille. Ja, ich glaube, ihr bleibt mit. Ja, ich glaube, ihr bleibt mit. Ja, ich glaube, ihr bleibt mit. J purchase A. Jo. 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 Jo.